Herzlichen Dank an Caroline und Susanne. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Event hier heute, dieses Symposium. Und es zeigt auch, dass die Arbeit, die in den letzten zehn Jahren eigentlich vonstatten gegangen ist, international und ich würde sagen in Deutschland vielleicht seit drei, vier Jahren etwas Aufmerksamkeit erfahren hat, dass sich hier etwas tut und das ist ganz besonders wichtig und ich bin froh, dass sich hier viele Leute bereit erklären, ein größeres Verständnis hier zu schaffen und auch vielleicht mitzuarbeiten. Meine Aufgabe ist, Design ein bisschen näher zu bringen in diesem Kontext und Design müssen wir einfach ein bisschen mal anders angehen, wenn wir in diesem Zusammenhang von Policy und Politik reden. Was ist denn eigentlich Design? Ist es nämlich eine Methode? Also im Moment wird Design Thinking als Methode sehr stark vertreten und verkauft. Ist es eigentlich ein Prozess oder eine Strategie oder geht es hier ums Denken oder um das Produkt oder um das Machen? Das sind alles Fragen, die wir uns nicht so oft stellen, wenn wir Design sehen und hören. Oft versucht man einfach nur die Form zu sehen, also zum Beispiel nur den Stuhl oder ein Auto. Aber was heißt eigentlich Design im Zusammenhang im öffentlichen Sektor? Das versuche ich jetzt hier ein bisschen näher zu bringen. Wenn man Policy als Gestaltung verstehen möchte und ich muss dazu sagen, Design und Gestaltung benutze ich synonym und ich nutze oft den Begriff Gestaltung im Deutschen, weil eben Design so festgefahren ist und Gestaltung diesen Prozess in sich trägt noch, dieses Gestalten, dieses Machen. Im Grunde geht es im Design darum, dass man ja eigentlich eine Idee hat, ein Konzept entwickelt und das dann realisiert. Das ist eigentlich die Basisaktion von Designing. In diesem Zusammenhang wird immer auch etwas verändert. Man muss ja verändern, um überhaupt von einem Punkt auf den anderen zu kommen. Wenn man jetzt Policy als Gestaltung verstehen möchte, dann muss man sich wirklich um ein neues Designverständnis kümmern, ein neues Designbewusstsein erarbeiten und auch sich neue Designmethoden anschauen und mit denen umgehen. Für mich heißt das also wirklich, dass dieses Policy als Gestaltung dieses Designverständnis einführt, ein Designbewusstsein vermittelt und eben uns auch durch diese neuen oder mehr anderen Ansätze zu Designmethoden unser Repertoire bereichert. Dann gucken wir uns schnell das Designverständnis an. Was ist die Absicht von Design? Was ist der Fokus? Konzentrieren wir uns, dass wir eine Kommunikation vermitteln? Am Ende des Tages ist es eine Broschüre, ist es eine Webseite, ist es ein Objekt, ein Ding, eine Sache oder geht es um eine Handlung, wie zum Beispiel im Service, da geht es um Handlungen und Beziehungen in der Aktion oder geht es eigentlich darum, eine Organisation zu gestalten? Das sind eigentlich alles verschiedene Ebenen von Gestaltung, weil man kann ja auch eine Handlung, zum Beispiel im Service, nicht ohne Produkte oder ohne Kommunikation gestalten. Man kann aber sehr wohl eine Broschüre alleine machen oder man kann ein Objekt, ein Ding, eine Sache, ein Objekt eben alleine gestalten. Wenn man aber in die organisatorische Ebene geht, muss man die Zusammenhänge verstehen und muss auch diese Handlung mit den Objekten, mit den Kommunikationsmethoden in Einklang bringen. Neues Designbewusstsein, was heißt das eigentlich? Das ist eigentlich ganz interessant, weil viele Leute gestalten, viele Leute sind in der Organisation, also wenn ich hier jetzt rumfrage und das wird in unserem Workshop später auch nochmal deutlich werden, wir sind alle in irgendeiner Art und Weise in den Prozess des Gestaltens involviert. Die Frage ist, wie weit sind wir uns dessen bewusst und welche Rolle nehmen wir da ein und welche Methoden wenden wir da an? Um bewusst zu werden, kann man sich zum Beispiel im öffentlichen Bereich einfach mal überlegen, was heißt denn das eigentlich? Wer gestaltet denn und mit wem? Und das ist jetzt keine, wie sagt man dann, Vorgabe, wie das sein muss, das ist jetzt keine Matrix, wo man sagen kann, so muss es sein, sondern nein, das sind die Möglichkeiten. Und wenn man sich mal bewusst wird, dass es verschiedene Arten und Weisen des Gestaltens gibt und dass man eben auf diesen verschiedenen Ebenen arbeiten kann, kann man sich auch mal auf so einer Matrix finden und sagen, oh, hoppala, also unsere Organisation, wir arbeiten ganz alleine, wir entwickeln unsere Produkte und unsere Dienstleistungen intern und wir machen das für die Bürger. Wir bringen die nicht mit rein in den Prozess, aber wir machen was für die. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Organisation mit Bürgern zusammenarbeitet, um dann auch ein Produkt für Bürger oder für die Organisation zu erreichen. Auf jeden Fall, ohne jetzt hier groß in die Theorie einzusteigen, das beänderte Designbewusstsein bedeutet, dass man sich überhaupt erstmal überlegt und reflektiert, sagen, wie arbeiten wir eigentlich hier, wenn wir was machen müssen? Jetzt kann man natürlich fragen, wer muss denn eigentlich was gestalten? Dann gibt es die Antwort, in der Organisation muss man jeden Tag irgendwas gestalten. Es gibt eigentlich keine Organisation ohne Design. Die Organisation wächst nun mal nicht am Baum, sondern die braucht Menschen, die sie zusammenfinden, die eine Idee oder eine Absicht haben, die dazu Ressourcen ermitteln, finden, gewinnen und sich dann eben mit diesen Ressourcen Strukturen aufbauen, um eben diese Organisation auch ins Leben zu rufen, beziehungsweise dann etwas für andere anzubieten. Eine Herausforderung an alle von Ihnen, euch, gibt es eine Organisation, die existieren kann, ohne etwas anzubieten? Diese Policy als Gestaltung bringt auch neue Designmethoden mit sich. Und hier habe ich mal ein Beispiel gebracht aus dem US Office von Personal Management, also Human Resources in der US-Behörde im Federal System. Und dort ging es darum, wie arbeiten wir eigentlich? Wir haben bisher uns nie darum gekümmert, was eigentlich die Menschen machen. Wir haben keine Beobachtung gemacht, wir haben kein Verständnis und Analyse gemacht, die sich auf Menschen bezieht. Und wir haben auch unsere Art des Gestaltens, des Prototypings, das machen. Wir haben halt einfach was gemacht. Das heißt, diese Policy als Gestaltung-Idee bringt ein neues Verständnis, ein neues Bewusstsein in diese Organisation, dass es eben auch anders geht und dass man mit anderen Methoden arbeiten kann. Und diese Methoden sich ganz stark aus dem Designbereich stammen und angewandt werden. Ich muss kurz sagen, das ist mein wahrscheinlich erster Vortrag auf dem Level auf Deutsch. Von daher stotter ich ab und zu, weil in meinem Kopf noch die englische Version abspielt. So, was ist hier ganz besonders wichtig, wenn man Policy als Gestaltung sieht? Policy wird zum Produkt. Man hat einen kleinen iPod, man hat irgendwas in der Hand. Und irgendwie überlegen wir sich, für wen steht das eigentlich? Und für wen ist das eigentlich? Und was soll das eigentlich für die Menschen erreichen? Wer ist eigentlich davon betroffen? Wen braucht man dazu, um das umzusetzen? Wie kann man das überhaupt, welche Möglichkeiten kann man sich neu eröffnen? Das ist eben Teil dieses Policy als Gestaltung. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele gebracht, um das auch noch mal ein bisschen bildlich zu machen. Das hier ist eine ganz tolle Küche von der Margarete Schüttel-Lihotzki. Die erste Frankfurter Küche, die zum Urmodell aller modernen Einbauküchen wurde. Was ist so besonders an der Küche? Zum ersten Mal wurde eben die Hausfrau als Expertin, als Benutzerin identifiziert und die Organisation um sie herum so gestaltet, dass die Küche für die Frau funktioniert, für die Hausfrau. Jetzt muss man noch mal einen Schritt zurückdenken, für die Hausfrau. Okay, was war denn die Erwartung an die Hausfrau in dem Zusammenhang? Naja, sie sollte im stillen Kämmerlein arbeiten, fernab von der schönen Stube. Sie sollte den Braten dort richten, wenn etwas anbrannte, sollte das bitte keiner riechen sehen oder sonst irgendwas. Sondern das Einzige, was von der Expertin verlangt wurde, war ein perfektes Produkt abzuliefern. Und dazu auch noch gut auszusehen natürlich. Ja, wie kann man sowas auf die Organisation übertragen? Ich glaube, für viele resoniert das in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben die Organisation oft um die Verwaltung herum, um die Leute in der Organisation herum gebaut. Es funktioniert wunderbar für die, auch nicht immer. Aber zumindest wurde nicht berücksichtigt, dass vielleicht andere Leute auch mitarbeiten möchten. Oder vielleicht bei der Zubereitung ein Wort mitreden wollen, weil sie vielleicht allergisch sind oder irgendwas nicht schmeckt. Aber auch, weil die Anforderung an die Expertin vielleicht sich so geändert hat, dass sie das gar nicht mehr alleine liefern kann. Das ist eine andere Küche. Ein paar Jahre später. Sehr spannend. Moment. Wir haben hier eine ganz offene Arbeitssituation. Hier dürfen alle mitkochen. Es ist ein offener Prozess. Und natürlich ist es auch so strukturiert, um das zu ermöglichen. Wenn wir von Policy als Gestaltung reden, dann kann man sich das ein bisschen jetzt bildlich vorstellen. Dass wir hier versuchen, von starren Normen vorher wegzukommen, die aber auch andere Bilder implizieren. Ein anderes Bild von Experten, ein anderes Bild von Benutzer, ein anderes Bild von Produktentwicklung, ein anderes Bild von Prozess. Mit diesem Küchenbild im Hintergrund können wir mal ganz kurz theoretisch werden. Muss ich jetzt doch machen. Vielleicht kennt das jemand hier. Aha. Einer, zwei, drei. Okay. Policy Studenten, ne? Mhm. Das sind Policy Studenten, die zukünftig eigentlich eine gute, also für eine Rolle, eine Funktion im öffentlichen Leben übernehmen sollen. Womöglich auch in der Gestaltung von Policies. Das ist ein Designprozess hier. Das lesen wir manchmal nicht so, ne? Das ist halt einfach so ein Modell. Nee, nee. Das ist ein Gestaltungsprozess. Und der Gestaltungsprozess fängt an mit der Identifizierung eines Policy Needs, eines Bedarfs für eine Policy. Das heißt, es muss ein Problem geben. Ja? Also gibt es ein Problem? Gut. Haben wir ein Problem? Dann gehen wir weiter. Dann klären wir, wie diese Policy aussehen müsste, um das Problem zu lösen. Dann beschreiben wir diese Policy. Und dann, wir haben auch hier so einen schönen Gang, ja? Sind dann hier die Policy Maker. Ihr habt jetzt alle eine gute Policy formuliert. Aber mit der Umsetzung wollt ihr nichts zu tun haben. Das lassen wir mal lieber die Implementoren machen, ja? die Organisation, die Public Managers und so weiter und so fort. Die natürlich überhaupt keine Rolle hatten in der Formulierung. Und die jetzt auch nicht verstehen unbedingt, was eigentlich die Intention dahinter war. Und die natürlich auf der anderen Seite ganz drüben noch die Bürger haben oder andere Leute, die auch Anforderungen haben. Und hier gibt es noch ein Problem in der Organisation, weil Struktur, Hierarchie, alles Mögliche. Das sieht aus der Designperspektive nicht sehr vielversprechend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man sich dann fragen muss, ganz am Anfang, wie kommt man eigentlich zum Problem? Was wird denn eigentlich als Problem erkannt? Als aktionsmäßig, als handlungswürdig befunden, ja? Welche Ergebnisse werden eigentlich angestrebt? Wie werden Lösungen gesucht, generiert? Und welche Bedürfnisse werden wahrgenommen? Was sehr spannend ist in diesem Bereich, ist ja, wo ist der Mensch? Wo ist denn eigentlich der Mensch? Hier abgeblieben, ja? Für wen gestalten wir eigentlich? Und wer darf eigentlich mitgestalten? Und warum eigentlich? Ich habe schon gesagt, das ist sehr fragmentiert. Es ist natürlich auch sehr hierarchisch, linear und vor allem reagierend. Man kann gar nicht vorausschauend gestalten, sondern man ist ja eigentlich immer gezwungen zu reagieren auf das Problem. Dass dann wieder fraglich ist, welches Problem bearbeiten wir eigentlich? Weil vielleicht ist es ein Problem für die Policymaker, aber gar nicht für die Implementoren und schon gar nicht für die Bürger. Aber die Bürger haben ein ganz anderes Problem, was hier gar nicht angekommen ist, ja? Und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich auch sehr vergangenheitsorientiert, also bestärkt bestehende Struktur. Und was wir halt mit dem Designansatz suchen, ist, dass es viel partizipativer ist, viel integrierter. Also, dass dieser ganze Prozess auch sich integriert, dass man agieren kann und dass man Visionen schaffen kann, die man dann auch ergebnisorientiert anstreben kann. Dass man also nicht immer in die gleiche Kerbe hauen muss, sondern sich auch mal auf ein neues Gleis stellen kann. Ich sage, ich mache ganz schnell, ich merke gerade, die Zeit läuft aus, aber das ist jetzt zum Beispiel was, was in Australien schon mal durchexerziert wurde. Wir haben hier von der australischen Steuerbehörde, von 2002 ist das, aber die haben schon 1997 angefangen. Die haben ganz klar gesagt, wir müssen mit dem Menschen anfangen, mit dem Bürger, ja? Und dann müssen wir den schon ganz vorne berücksichtigen, ja? Um überhaupt zu sinnvollen Policies zu kommen und zur Implementierung. Hier gibt es dann Begriffe wie User-Centered Design und Human-Centered Design. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber wir werden uns im Workshop drum kümmern. Und dann ist eben die momentane Situation, vor allem jetzt auch in Europa, aber mehr international, dass diese Policy als Gestaltung, diese neuen Design-Ansätze ausprobiert werden, um eben Bürger, Leute, Menschen mit Regierung in neue Beziehungen zu setzen, ja? Das ist gar nicht einfach, aber genau darum geht es in diesen Public Innovation Labs, die sich entweder damit beschäftigen, den ganzen Policy-Prozess neu aufzurollen und zu reflektieren und neue Methoden und Ansätze zu entwickeln. Oder aber sich darauf konzentrieren, dass wenn es schon mal Policies gibt und die können da nicht mehr rein in den Prozess, dann können die zumindest versuchen, diese Policies in sinnvolle und nützliche Dienstleistungen umzusetzen, die dann auch wenigstens für die Bürger was bringen und nicht einfach nur, manchmal im Gegenteil, das Gegensätzliche bezwecken von der Policy. Public Innovation Lab ist, glaube ich, nachher ein Thema mit Jasper. Und von daher würde ich nur sagen, Policy als Gestaltung ist wirklich eine gemeinsame Aufgabe und wir können Möglichkeiten schaffen, wir können Menschen einbeziehen und Ergebnisse erzielen, die wir halt bisher nicht erzielen konnten, weil wir uns nur mit sehr limitierten Methoden auseinandergesetzt haben, weil wir uns manchmal blenden lassen von Vorgaben anstatt neue Möglichkeiten zu schaffen. Und das war's dann auch. Danke. Applaus